Moin Moin, ich bins euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem kurzfristigen Video von mir. Ich bin hier gerade irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß selber nicht wo ich bin. Aber Hauptsache ich habe hier einen Bahnübergang gefunden und hier hinter ist ein Güterzug. Ich habe heute mal einfach eine Nachtwanderung unternommen und ja, das war's auch wieder von mir. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.